Ja, 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 ja. Das kommt. Ja, das sind lockt schon mal auf 1% als Weib. Mehr zwei, sondern 1%. Ja, wir müssen ein, zwei DDS hätten noch gelebt, dann hätten wir es wahrscheinlich irgendwie runtergezeigt oder drei. Ja. Wir müssen halt einfach Gas geben und vernünftig die Pusteln dodgen, ne? Wenn wir halt mal irgendwie nicht vernünftig spreaden, ist das wurscht. Hauptsache ihr seid nicht tot. Äh, Aaron, du warst ready? Jetzt direkt da anknüpfen. Vollgas. Und Auge auf die Pusteln. Komm her. 2 1 Beware. Run away, little girl. Beware. Beware. Alle zum Jangan. Beware. Und direkt weg. Beware. 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 Ihr dürft einlaufen. Und spreaden. Und die Bolz saugen. Saugen, saugen, saugen. Hinten reicht zweites. Fies für Gruppe 1 gleich. Rechts. Und die Bolz saugen dabei. Bolz vorne rechts hinten links. Danach direkt spreaden. Spread. Und die nächsten Bolz saugen vorne. Oh je. Hinten links. Spreaden. Push noch eine Sekunde. Alles gut. Alle beten kommen. Gleichzeitig. Bolz. Dann müssen wir raus. Müssen raus zu den Bolz. Gehen hin. Kann noch einer mit mir? Ja genau. Einlaufen. Super. Okay wir können hoch. Spreaden wieder Ladies. Spreaden. Spreaden. Und alle zum Baden kommen. Und alle zum Baden kommen. Und den nächsten Bolz. Und den nächsten Bolz. Bolz vorm Feast. Hinten links. Hinten rechts. Hinten links. Schmück hier anregen. 4. 3. 2. 1. Passt. Alle rein. Und dann Vollgas aufs Add. Und direkt spreaden alle. Und Bolz saugen. Bolz. Links und rechts. Schmück hier an! Sigi bitte. Follows. Waffen drücke. Die Böse aufs Add. Knall reng. Die Böse aufs Add. Böse aufs Add. Schmück hier. Böse aufs Add. gut und alle rein und weil da noch vorne links vorne rechts achtet auf die spawns macht doch den noch da ist noch einer hinten und spreaden macht er noch hat geklappt dann zu blau zu blau zu blau und zu grün chillt noch ein bisschen chill 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 immer noch chillen und portal immer noch chillen jetzt dürft ihr und bolzocken rechts und vorne und spread und pusteln schönen augen aufmachen die hitbox ist riesig denkt daran und vier denkt an den zweiten pot weil sie noch nicht habt so gut links vorne und neue pusteln denkt an die hitbox schön augen augen und vier bolz spreaden krieg mariona nicht und pusteln schön pusteln achten leute augen aufmachen und bolz zocken bolz zocken berlin läuft mal gut spreaden nochmal alle gesus hier guckt weg paragonia vernünftig spielen pusteln krieg ich nicht ich hab ein warte auf die pusteln warte auf die pusteln bis sie ja kürz zieht gesu wenn ihr noch nicht habt ich nehme jetzt an ja tot ruhig gesu bolz in vier nochmal vier bolz 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 bitte beware pusteln komm bitte 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 bolz stirb jetzt komm schon 200 da ist das ding ja 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 man kack ab du wichser kräume jetzt mal geil das useless trinket jawohl helm bekommen leute ich bin stolz auf euch gute arbeit ja man auf jeden zählt mal videospeichern echt gott sei dank der fahrt lange mal einen ordentlichen nerfedream